Es ist so viel passiert und darum verspätzt sich der nächste Vlog etwas. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen, da ich wegen dem Besuch aus Deutschland weniger am Video bearbeiten war. Denn die Zeit mit meinen Freunden zu nutzen war mir sehr wichtig, denn wann trifft man sich schon mal so weit weg von Zuhause? Doch hauptsächlich, weil mir vor über einer Woche schon die Kamera kaputt gegangen ist. Sie ist mir runtergefallen und seitdem hat der Gimbal einen Schaden. Ja, jetzt gucke ich weiter nach einer anderen Kamera, solange werde ich mit dem iPhone filmen. Ist scheiße, was soll ich machen? Wir haben auf Cosa Mui mehrere Kamera- und Elektroshops gefragt, ob man sie reparieren kann, doch leider ohne Erfolg. Also habe ich ab da mit unseren Handys aufgenommen und nebenbei auf Facebook Marketplace nach einer Ersatzkamera gesucht. Doch auch ohne Erfolg. Nach sechs Tagen hat Annalena mir dann eine neue Kamera gekauft, die übrigens mega nice ist. Falls es jemanden interessiert, checkt den Link in der Beschreibung ab. Ich konnte direkt wieder losfilmen, doch als es dann ein paar Tage später zur Bearbeitung an den Computer ging, kam die große Enttäuschung. Die Daten sind in einem Format, mit dem mein Laptop nicht klarkommt. HEVC, um genau zu sein. Und als ich nach langer Suche eine kostenfreie Lösung hatte, wie ich sie umwandeln kann, war das trotzdem scheiße, weil die Qualität so abartig schlecht war. Die iPhone-Aufnahmen auf meinem Handy sind auch ziemlich Müll, vor allem der Ton, da wohl Dreck in meinem Mikro ist. Ich hatte tolle Ideen, tolle Aufnahmen, wir haben tolle Menschen kennengelernt und richtig Spaß gehabt. Und vor allem endlich mal wieder tolle Drohnenaufnahmen aufnehmen können. Daher habe ich nach langer Überlegung entschlossen, die Tage, die ich jetzt mit den Handys und der neuen Kamera im falschen Format gefilmt habe, hier etwas zusammenzufassen, doch dann mit der Gegenwart quasi neu zu beginnen. Das war 32 Grad, ey. Schwitze! Jetzt hilft es dir einfach, Alter! Die Sonne scheint, es ist Sommerzeit. Die Welt ist groß und sie zieht mich magisch an. Die Fahrt geht los, sie war niemals unterbrochen, niemals unterbrochen. Ziemelang, verlass den alten Hafen, lass alles stehen und liegen, man mich auf die Suche nach einer neuen Heimat. Irgendwas, das mich hält, irgendwas, das mich blödlich macht. Möglich, was ich mich auch tun würde. Also wir sind voll gepackt. Wir machen es jetzt immer so wie die Thailänder. Wir fahren mit unserem ganzen Gepäck mit unserem neuen Roller in unser Hotel und checken da ein. Also wir sind eingecheckt. Das ist so ein kleines Häuschen, da wohnen welche. Da wohnen wir. Ich glaube da wohnt auch noch jemand, da ist das Bad. Ja, hier ist so ein bisschen so ein kleiner Chillerraum. Da draußen kann man dann auf den Balkon. Ja, und so sieht es aus. Kleiner Raum, aber schön kühl. Das Bad sieht auch gemütlich aus. Und ist gemütlich. Ja. Ja. Ja, ich glaube was günstigeres mit Klimanlage gibt es auf jeden Fall nicht. 480 Bad. Kann man nicht meckern. So, und das ist der Pool von unserer Unterkunft. Er ist piss warm. Es sah natürlich auf Bildern ein bisschen geiler aus. Ja, hier sieht man die ganzen Bungalows, die es hier gibt. Wir sind aber da drüben. Von daraus habe ich auch eben gefilmt. Da drinnen, in dem Haus, auf der anderen Seite. Ja, wir wissen noch nicht, ob wir zufrieden sind oder nicht. Weil irgendwie sind wir es nicht. Aber eigentlich für den Preis kann man auch nichts sagen. Wir waren wegen der Unterkunft etwas zwiegespalten. Aber für den Preis ist es voll okay. Doch viel schöner war, als dass wir die Insel erkundet haben, dieses verlassene Restaurant gefunden zu haben. Raumhafte Aussicht, kein Touri weit und breit, und die perfekte Gelegenheit meine Drohne nochmal fliegen zu lassen. Nun bin ein Trommelkeeper, unter welcher Herbst mal da jederzeit seine Drohne closes. No ... Turnieren ... wir stehen hier mit gepackten sachen alles dabei roller total überladen wir sind in den bergen man sieht es im hintergrund ist schon sehr hoch der weg hinter uns sieht schon scheiße aus der weg vor uns noch schlimmer und wahrscheinlich kommen wir dann nicht mal dahin wo wir hin müssen weil wir haben eine unterkunft gebucht sieht ganz gut aus aber die ist halt irgendwie scheinbar nur mit bootstaxi erreichbar man kommt anders da nicht hin und ein anderes problem wir haben den roller gebucht für noch ich glaube ein zwei tage und den können wir jetzt gar nicht nutzen wenn wir da mit dem boot hinfahren und können wir nicht mehr aber eine bootsfahrt kostet umgerechnet knapp acht euro pro person das machen wir jetzt auf jeden fall weil wir haben dort drei tage gebucht also gut also ging es für uns nicht wie erhofft mit dem roller zur unterkunft sondern mit einem der bootstaxis so am strand muss wir konnten nicht mal parken schon wurden wir angesprochen von einem wegen bootstaxi 300 watt pro person schon heftig und du bring it to us you bring it to you dafür mussten wir nach hadrin der bekannteste teil von kopangan hier findet jeden monat zum vollmond die allerwelt bekannte fullmond party statt wir haben jedoch für uns entschieden auf die meiner meinung nach völlig overhypte party zu verzichten und kopangan in der ruhigeren zeit zu besuchen mein Mann hier wenn ich nicht mehr fühle mich, weil ich mich nicht mehr fühle mich, weil ich weiß, was ich hier für bin I keep on trodding on my own path Keep on learning from my present and past When I no longer need validation Cause my story is long and I'm patient I know that I have lessons to learn Keep my eyes open each step I earn No need for me to feel alone Cause I got a place to die called home Every single road travel, every single new place I come back home, they accept me with grace When I know that I was meant to be here And I know that I was born into fear But I will stand tall in the lion's den Cause I know in my heart I am one of them That there are lies and the facets of everything that we see That are telling us to be scared When all we ever are is free I'm letting go of the things that don't serve me no more Cause I am holy and sacred and righteous and true And I deserve to be here And so do you Ah, so are we fix and done? Aber wir sind jetzt auch reingecheckt. Wir sind in unserem Bungalow. Ja, ein Holzbungalow. Ziemlich zu. Es staut sich nicht so die Hitze drin. Boah, hier geht ein Wind. Wir haben Schatten. Das ist doch geil. Eine Hängematte. Mega. Na ja, hier kann man gemütlich chillen dann. Also, wir wissen noch gar nicht so richtig, was wir von dem Ort hier halten sollen. Wir dachten erstmal, das wäre jetzt so ein Riley Beach Ding. Aber bis jetzt, wow, gell. Die Leute hier machen einen sympathischen Eindruck. Und das ist wunderschön, einfach krank. Ja, das Bad ist so ein bisschen draußen. Aber schon drinnen eher. Ja, hier gibt es scheinbar keine Klospülung. So kenne ich das auch noch vor fünf Jahren in Thailand. Diesmal habe ich das selten gesehen. Vor allem nicht im eigenen Bungalow. Hast du das schon gesehen, Schatz? Nee, hab ich nicht gesehen. Das ist so eine Spülung, wie es halt in Thailand eigentlich üblich ist. Was? Das ist so ein Wassereimer und du kippst einfach Wasser nach. Und dann saugt es das von selbst ein. Ab einer bestimmten Menge Wasser. Ja, wenn man mal weiß, wie, eigentlich keine große Sache. Am Anfang bist du eine Umgewöhnung. Ja, wir sind auf jeden Fall mega happy. Jetzt wird erstmal in die Hängematte gechillt. Guckt mal, wie blau das Wasser ist. Also das ist ja schon Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall die schönste Unterkunft unserer Reise. Hätten wir gewusst, dass die Unterkunft nur mit dem Boot zu erreichen ist, wären wir hier wahrscheinlich nie gelandet. Wir sind froh, dass es so gekommen ist und freuen uns für die nächsten Tage, dieses Paradies erkunden zu dürfen. Doch dazu dann mehr im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.